Däumchen werden Träumchen Ja, das sind diese Gräber Die müssen wir ausräubern, das müssen wir noch machen Und da drüben war das noch mit zwei Plakaten Da fehlen mir noch zwei Plakate Das muss ich auch noch machen Dann muss ich aber nochmal sehen, dass ich da irgendwie hinkomme Dann muss ich nochmal schauen, wo diese Plakate sein sollen Weil ich weiß es nämlich nicht Irgendwo müssen diese Plakate sein, Freunde So, und dann werden wir nämlich auf jeden Fall schauen Und dass wir die nämlich auch noch finden Die müssen wir noch finden, Freunde Okidoki Aber jetzt ist es halt erstmal so Dass ich jetzt erstmal schauen muss, dass ich da irgendwie wieder rüberkomme Ja, dann müssen wir wieder rüber Ich glaube nicht, dass hier irgendwo die Plakate rumhängen Weil die werden mir alle dort in der Region angezeigt So, das heißt wir haben ja erstmal wieder ein bisschen Fußmarsch Das ist mir aber Wurst, das machen wir So Zack Und zack Hoch, dankeschön So Das Gute ist, wir sind ja hier ganz schnell bei der Sache, Freunde Ganz, ganz schnell sind wir hier bei der Sache Guck mal, das geht hier ratzfatz Rum So, und dann müssen wir hier rüber Zack Cool So, okay Jetzt müssen wir wieder da hoch So Und so Und so Ach hier Vera ist gut durchtrainiert, ja Heute ist alles hier wunderbar Wunderbar Und zack Sehr schön Und dahin So Wie gesagt, ich versuche jetzt erstmal die Plakate zu finden Damit ich weiß, wo die eventuell waren Weil die hätte ich nämlich jetzt gerne Komm, Vera, hoch, dankeschön So Und zack Irgendwo müssen ja diese Plakate sein Nee Und die finden wir Heute finden wir sie So Und zack Sehr schön Und Da lang Willst du mir jetzt auch nicht erzählen, dass hier wieder Gegner sind, oder? Sind hier wieder Gegner Sind hier wieder Gegner Echt jetzt? Dass das jetzt die ganze Zeit hier wieder geduckt läuft Das wäre jetzt ätzend So Einmal hier rüber Dankeschön So Dann hier Sehr schön So, pass mal auf Hier Zack Jetzt müssen wir gleich mal gucken, ob wir hier schon in der Region sind Boing Und hoch, bitte Dankeschön So Sind wir jetzt hier schon in der Region, wo hier die Plakate rumhängen könnten? Wir gucken mal Äh, Minenräumung Nein, sind wir noch nicht Das ist noch nicht die Region So Trotzdem gucke ich hier nochmal Wir wollen ja auf Nummer sicher gehen, ne? Wir wollen ja auf Nummer sicher gehen Weil ich will nämlich dann wirklich sehen, dass ich das hier alles abgeschlossen habe, Freunde Das muss alles abgeschlossen sein Okay, das hier scheint dann die Region zu sein Das hier ist bestimmt die Region Wenn wir jetzt hier durchgehen Hier müssen wir dann gucken, Freunde Wenn, dann sind die Plakate irgendwo hier Also es ist halt doof, dass ich die nicht gesehen habe, ne? So, hier müssten wir dann fündig werden So Okidoki Erstmal schnell ans Lagerfeuer So, alles klar Weil dann habe ich mich hier wenigstens, ähm, wieder gespeichert Dann haben wir hier gespeichert So, jetzt müssen wir da wieder rüber So, hier Sind wir genau hier Feuerige Bewohner Das heißt es Genau hier Da müssen noch zwei übrig sein Da müssen tatsächlich noch zwei irgendwo sein So Zack, da hin Zack Da sind wir So, nochmal da rüber Dankeschön Lara, das machst du perfekt Das machst du perfekt Ich bin stolz auf dich Ich bin absolut stolz auf dich So Wie gesagt, wir müssen halt jetzt nur gucken Ey Freunde, das ist nie passiert, ja? Das ist nie passiert Ihr habt das nicht gesehen Ihr habt das nicht gesehen Glaubt mir Ah Lara, warum machst du denn sowas? Ha? Warum machst du denn sowas? Okay, nochmal Hahaha Ach, Lara Ach, Lara Mach doch sowas nicht Du schockst mich Ja, da geht mein Adrenalinspiegel nach oben Das willst du doch nicht, oder? So Jetzt aber nochmal hier Pass auf So Jetzt haben wir es Jetzt war es richtig Jetzt hast du es richtig gemacht, Lara Bin stolz auf dich So Ob nicht finde ich jetzt auch noch diese blöden Plakate So Bitte einmal nach oben Dankeschön So Sieht gut aus Sieht sehr gut aus So Also hier sehen wir schon mal keine Plakate Weil hier hang ja eins Hier war so ein Plakat Ja So Hier natürlich nicht Da auch nicht Alles klar Hier sehen wir nichts Sehr schön Einmal bitte hier unten durch So, Freunde Jetzt will ich es ganz genau wissen Jetzt will ich es ganz genau wissen Irgendwo hier Sind noch diese Plakate Und da gucken wir jetzt Ich mach jetzt auch schon mal die Fackel an Damit wir hier alles Mich durchsuchen können Ja, ja, ja Wir durchsuchen jetzt heute ganz genau So Da werde ich auch hier jeden Pfeiler jetzt absuchen Ja Damit wir sehen, wo die blöden Dinger sind Ich will jede Herausforderung machen Ja Genau So Hier drüben auch nicht Warte mal, was war das? Ne, das war es auch nicht Alles klar Also hier sind wir auf jeden Fall schon mal safe Ja So Mal hier die ganze Seite hier abgesucht So Die Munition kann ich nicht mitnehmen So Hier auch mal die Pfeiler abgesucht Ob hier irgendwo was hängen könnte Hier hängt aber auch nichts Okay Alles klar Haben wir das nämlich schon mal gemacht So Hier vorne rum hängt auch nichts So Okay Gucken wir mal hier Ich mach das nämlich jetzt nach dem Ausschlussverfahren Ja Damit ich dann sagen kann Okay Hier hängt jetzt wirklich rein Gar nichts Ja Finito Ende So Hier ist auch nichts Alles klar Hier an den Pfeilern Hier auf der Seite hängt auch nichts So Hier an der Wand haben wir nichts So Pfeile Kann ich auch nicht mehr mitnehmen Das kann ich nicht mehr mitnehmen Sehr schön Okay Hier überall Haben wir nichts Hier ist überall rein gar nichts So Jetzt gucken wir hier unten Hier an den Pfeilern Hier außen hängt auch nichts dran So Hier nochmal geguckt Wo sind diese Plakate Freunde Wir finden die Ich weiß dass wir sie finden Wir werden sie finden Wir werden sie im Brand stecken Ja So Okay Also Sind wir hier safe Freunde Hier ist nix So Das heißt wir können jetzt hier weitermachen Sie hat da eben wieder so komisch geguckt Ihr guckt immer dann so komisch Warum guckst du so komisch Mann Lara irritiert mich Wie irritiert mich total So Okay Hier ist auch überall nix Wollen wir hier gucken Hier dieses versteckte Zeug Ja Wir haben sie ja schon gesehen Da waren auch Herausforderungen Du musstest ja nämlich hier irgendwo durchschießen Ne Damit du das gesehen hast Da ist aber nix Da ist nix Alles klar So Hier unten hatten wir jetzt überall nix gehabt Sehr schön Okay Ist hier noch irgendwo was Steht nicht danach aus So Gucken wir mal da oben Nicht dass da oben irgendwas rumhängt oder so Nein Auch nicht Auch nicht Die ganze Wand ist frei Sehr schön Hier auch die ganze Wand ist frei Haha So Okay Hier ist auch nix So Hier ist auch nix Alles klar Hier nochmal rein Aber hier hatten wir ja auch schon überall geguckt Freunde Hier hatte ich ja schon mal gesucht Ja Aber ich bin mir ziemlich sicher Ich hab's irgendwo übersehen Ich hab's garantiert Irgendwo übersehen So Hier ist auch überall nix Alles klar So Die Wand hier ist auch frei Hier an diesen Dingern hängt auch nix dran Da vorne an der Wand war auch nix Sehr schön So Einmal hier rüber bitte So Hier haben wir auch nix So Hier ist auch alles frei Sehr schön Hier rein nochmal gucken Hier ist auch nix Oder Hier ist auch nix Nein 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 Okay So Okidoki So warte mal Ich geh nochmal ganz kurz runter Ja Aber jetzt guck ich nochmal hier Oh Der war Mach sowas nicht Mach sowas nicht Bitte 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 So Einmal hier hoch So Hier haben wir nix Hier hängt auch nix Hier ist nix So warte Schauen wir nochmal hier gucken Hier an der Wand ist auch nix Alles klar So Schauen wir nochmal hier rein Ja Ich habe zwar schon geguckt Ja Aber doppelt hält besser Bin nur auf Nummer sicher gehen Dass hier auch wirklich nix war Okay Hier ist nix Hier ist sich nix Sehr schön So Dann gucken wir auch nochmal da drüben In den Raum rein Ja Sicher ist sicher So Okay Hier ist überall Kein Plakat Nix zu sehen Alles klärchen An der Decke kann es ja nicht hängen Ne Ne So Okay Dann haben wir das nämlich hier auch gemacht Dann haben wir nämlich Wie gesagt Ausschlussverfahren Freunde Kommt da nämlich am besten Ja Ha Herrlich So Jetzt können wir nämlich einmal wieder nach oben rennen Dann haben wir nämlich hier das alles safe Warum guckst du da immer so weg Oh Die irritiert mich immer Die guckt immer nach links Nach rechts Und dann meint man immer Dort wäre irgendwas Dabei ist da gar nix Ja So Okay Alles klar Es geht weiter Es geht weiter Es geht weiter So Zack Hier Schauen wir mal hier Ich weiß nämlich nicht ob wir hier schon alles richtig abgesucht hatten Ja Hier sehe ich auf jeden Fall schon mal nix Hier irgendwo was an der Wand Okay Da ist auch überall nix zu sehen Hier an dem Ding ist nix zu sehen Alles klar Hier an dem Ding ist nix dran Sehr schön Sehr schön Sehr schön Okay Warte Wir gucken weiter Wir gucken weiter So Hier an der Wand ist auch nix Hier an dem Ding ist nix So Ich guck mal hier Ich guck mal hier Hier ist aber auch nix zu sehen So Da an der Wand hängt auch nix Hier an dem Ding hängt nix Haben wir hier geguckt Ja So Okay Den tue ich hier auch nix Sehr schön Sehr schön Okay Einmal zurück So Okay Jetzt müssen wir nach hoch Und zack Hat ein bisschen Ah Ich sehe eins Ich sehe eins Ah Das haben die aber gut versteckt Ey Das haben die aber richtig gut versteckt Ah Guck mal da Ha Hab dich Und wo haben die dann das andere hin So Das war drei von vier Das war drei von vier Ah Haben die das andere dann auch so bescheuert hingehangen Dass man das nicht sieht Oh Da muss ich wirklich hier alles Diese freien Flächen hier kontrollieren Oh Das ist ja mal mies Ey Oh Ist das mal mies Das heißt Es könnte auch irgendwo Ganz oben hängen Mh 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 Okay Aber ich hab noch ein Plakat gefunden jetzt Das ist cool Das ist richtig cool Ja Freunde Das ist immer dann so eine verzweifelte Suche Ja Wo du dann wirklich gucken musst Ob du das irgendwo siehst Oh Das haben die ja mal ganz mies gemacht Ey Was Was ne miese Geschichte Hahaha Aber ich hab's gesehen Und das nur per Zufall Freunde Mhm Oh Einmal hier runter Mal gucken ob hier noch irgendwo was rumhängt Das ist halt blöd Dass man die Sachen nicht sehen kann Das finde ich ätzend Oh Hier ist nicht so ein Plakat irgendwo ne Da oben hängt Schmutzwäsche Hahaha Mh Auch hingucken Freunde Könnte ja sein dass es da oben hängt Mit bei der Schmutzwäsche So Okay Dann sind wir jetzt hier Darüber Da ging's ja dann hier zur Endurance Ich glaub nicht dass da eins ist Ich glaube nicht dass da eins ist Oder Oder könnte da auch eins auf der Endurance sein Könnte das sein Freunde Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Oh 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 Also hier seh ich auf jeden Fall nix Na vielleicht hier unten Nicht dass hier unten irgendwo was hängt Ja Wer weiß wo dazu das Ding hier da war Ah Am Ende hängt hier irgendwo was Ja und wir müssen es eigentlich nur entdecken Hahaha Diese Spielchen würde ich denen zutrauen Denen Entwicklern Aha Aber hier seh ich nix Freunde Hier seh ich gar nix Okay Vielleicht mach ich das einfach mal Vielleicht geh ich nochmal schnell rüber auf die Endurance Ja einfach nochmal gucken Machen wir mal Vielleicht gehört das ja noch mit dazu Wer weiß wer Was war das denn jetzt Sarah willst du mich jetzt verarschen Sag mal Wow Wer hat das hier noch dazu Verjährige Bewohner Zeigt er mir hier noch an Vielleicht ist das letzte Ding hier unten So Gucken wir nochmal schnell hier Vielleicht hängt das nämlich hier irgendwo mit rum Wenn das nämlich hier ist Wart mal Hier Zeigt er mir Vorherige Bewohner Hier Drei von vier Zeigt er mir hier auch noch an Okay Schauen wir einfach mal hier Ob das hier irgendwo rumhängen könnte Kann ich nochmal da runter gehen Okay Ich will ja nur wissen Ob das hier irgendwo ist Also wenn dann ist es wahrscheinlich nicht hier Ich gucke mich einfach nochmal ein bisschen um Freunde Ich schaue mich nochmal ein bisschen um Schauen wir mal ob hier irgendwo was rumhängt Oh guck mal Das halbe Schiff ist weg Das Schiff ist weg Das halbe Oh ist abgesoffen Okay Also hier hängt auch nichts rum Weil das hätte man nämlich jetzt schon gesehen Wenn hier irgendwas hängen würde So hier ist auch nichts Das sieht auf jeden Fall nicht danach aus Hier hängt auch nichts rum Okay 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 Da sieht man auch nichts Hier auf der Seite hat man nichts gesehen Ich gehe nochmal hier runter Oh Haben wir hier irgendwo was Oh Hier nur gucken Ob hier irgendwo was rumhängt Oh Komm Geh mal rein da Okay Okay hier hängt auch nichts rum Hier hängt auch nichts rum Alles klar Sehr schön Sehr schön Okay Wir gucken trotzdem hier nochmal weiter Vielleicht hängt da hier hinten irgendwo was Ich würde es denen zutrauen Freunde Ich würde es denen zutrauen So Hier Pfeile Das Schiff Ist back Also das halbe Okay Freunde hier ist auch nichts zu sehen Das heißt Wir haben jetzt nur noch die Chance Da unten in das eine Loch da rein zu springen Da oben Wo wir nämlich schon mal waren Warte mal Ich guck mal hier Ich mach mal ein bisschen Licht an Vielleicht sind wir ja dann ein bisschen besser So Also hier ist auf jeden Fall nichts zu sehen Hier links und rechts ist gar nichts Ich will doch nur das letzte Plakat haben Mehr will ich doch gar nicht Oh Okay 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 Also Freunde Hier ist nix So Alles klar Ich glaub hier ist es nicht Ich glaub hier ist es nicht So Wieder hier hoch Dankeschön Hier wieder hoch Jawohl So Okay Freunde Dann gehen wir mal zurück Und springen mal in das dunkle Loch Ins dunkle Loch Ha So Okidoki Und da So Weil dann ist ja das hier nur noch die letzte Chance Ne Das hier ist noch die letzte Chance Das hier Ne Ne Da sind wir ja zurückgekommen Oh Oh Freund Das ist ätzend Oh Das ist ätzend Aber wo soll denn dann das letzte sein Wo soll das letzte Plakat sein Also hier hat auf jeden Fall eins gehangen Das haben wir abgefackelt Das haben wir abgefackelt Aber wo ist das letzte Oh Wird das hier nochmal dann irgendwo sehen Aber es ist jetzt auch viel zu dunkel Das gibt's doch nicht Hm Okay Freunde Ich guck mal gerade schnell rum Ich guck mal gerade hier nochmal schnell rum Vielleicht tue ich es per Zufall doch noch irgendwo entdecken Freunde Bin gleich wieder bei euch Freunde ich hab sie gefunden Ich hab sie gefunden Ich hab doch gewusst Ich hab doch gewusst Die Entwickler Die bescheißen hier Da oben da hängt sie Da oben hängt sie Guck mal hier Tada Herausforderung gemeistert Cool Oh Freunde Ist das herrlich Ist das herrlich So warte mal Kann ich von hier aus schnell reisen machen Geht das Kann ich von hier aus eine schnell reise machen Ne kann ich nicht Das heißt ich muss den ganzen Weg wieder zurück Ha 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 He 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 Ah Okay Kein Problem Kein Problem Wir gehen den ganzen Weg wieder zurück Freunde Oh ist das herrlich Oh ist das herrlich So Zack Einmal hier runter Dankeschön Ha Freunde Damit hab ich diese Herausforderung aber auch abgeschlossen Ja genau Diese bescheuerten Flacken Ha 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 Ah Ist das cool Das ist cool jetzt Oh das gefällt mir So Freunde Aber jetzt müssen wir zurück Jetzt müssen wir zurück Jetzt müssen wir zurück Jetzt müssen wir aber schauen Wo die ganzen Grabhügeldinger sind Ja Das wird nämlich auch noch mal lustig Die ganzen Grabhügel Dinger da finden Oh Das wird ein Späßchen So wir sind jetzt immer noch hier Das heißt hier haben wir alles gemacht Sehr schön Das heißt wir müssen erstmal hier zurück Ja Gehen wir wieder hier durch Oh Freunde Da da Die hätten mich beinah fertig gemacht Sag ich ganz ehrlich Ha ha Ah ich hab sie aber gefunden Denn ich hab sie aber gefunden Denn so Freunde Aber jetzt geht's weiter Mit diesen scheiß Grabhügelen Die müssen wir auch noch alle finden Die müssen wir auch noch alle Vorher finden Genau Ja So Jetzt sind wir hier raus Warte Zack Jetzt sind wir doch hier wieder In dem Bereich Ist das hier Warte mal Ist das hier wieder ganz normaler Bereich Genau Das hier sind wir Hier Die Hügel Grabhäuberin Das müssen wir noch machen Alles andere haben wir Wir uns fehlen einfach nur noch Diese zwei Hügelgräber Die brauchen wir noch Freunde Die machen wir aber dann In der nächsten Folge Deswegen sage ich jetzt nämlich Dankeschön Dass ihr dabei gewesen seid Und Freunde Gleich mal in die Endcard In der Endcard Wieder cooler Stuff verlinkt Ja 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 Freunde Ciao Tschüss